Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad, ich dachte ich schau mal wieder eine Karte an und zwar ist es vom User Blockbuster und die Karte nennt sich 20 The Netherlands. Bad news, the dispatcher is sick and you have to fill in his position for a few hours. Do I have what it takes to keep every train running on time in this busy region in the Netherlands? Also gibt es wohl wirklich diese Region hier. Wir sollen einspringen wenn er krank ist und mal gucken ob wir das hinkriegen. Hier sind ein paar automatische Signale drin, steht sogar in der Beschreibung drin. Er sagt dazu Welcome to 20, 20, wie auch immer man das ausspricht. A busy region in the Netherlands with several railway lines and an international connection to Germany. Every train runs every train runs every 30 minutes. The time level is the same as in real life. Note, the Dutch railway system uses two types of signals, which are fully automatic ones. Dispatch has no control over them and manual ones. That's what I try to do with the links. Aha. Okay, ja gut. Dann schauen wir mal, was bist denn du für einer? Du bist ein Endschede Gleis 2, bist dann Canning Park 1 reinfahren. Ja, dann fahrst du da rein und dann Henke, was? Henkelo 1. Henkelo 1, das ist da. Fahren sie mal bis dahin. Okay. Hm, dann äh, es sieht überschaubar aus. Ich glaub das wird nicht allzu schlimm werden. Sagt er und es gab dann Chaos. Er kommt erst zum 20, da können wir wirklich ein bisschen vorgehen. So, gehen wir mal runter. Wirdens Wolle Deventer. Wo ist denn das? Da hin? Ja. Kommt bei 3 rein. Er steht dann auf Gleis 4. Das ist kein Problem. Fahren sie da mal durch. Ich glaub das geht so. Ja, komm es rein. Von Gleis 4 nach Almelo De Rietzter 2. Ja, kein Problem. Äh, Borne. Achso, das ist wieder. Manuel hier. Fährt hier da so rein. In Borne Durchfahrt Engels 3. Mensch, aber die Weichen ja wirklich selber machen hier. Ja, gut. Äh, ich hoffe der fährt da so durch. Dass er dann hier auf der 3 erst hält. Wenn man dann, glaub ich, am ehesten gleich hier oben sehen. Dann kommt dann gleich der nächste. Der will dann auf Gleis 2. Dann sind wir da runter und dann auf die 2. Dann kannst du hier über 4 weiterfahren. Da ist er runter. Ja, gut. Schau mal so an. Wenn wir ihn hinkriegen. Ich glaub ich werd den hier mal beobachten. Ja, mal vorspulen. Ja, da kommt der nächste. Kommen sie rein. So, fährst du jetzt durch oder nicht? Shit. Falscher Bahnsteig. Ich hätten unten runterschicken müssen. Ah, okay. Gut, dann weiß ich das. Du bist noch Borne 1. Ah, Klische. Fahren sie mal so durch. Das müsste ja gehen. Wie geht's dann weiter? Auf Gleis 1 hier weiter. Okay. Kein Problem. Und danach... Mal kurz gucken auf 3. Ja, passt. Wäre drin. Gibt's aber nicht. Nochmal Minuspunkte, nur weil du jetzt da durchfährst, oder? Ne. Passt. Jochen keiner. Okay. Um 33 ist der nächste da unten. Können wir erstmal ein bisschen vorlaufen lassen. So extrem ist es jetzt hier nicht. Ah, warte mal. Wo wusstest du dann hin müssen? Auf die 3. Ah, da machen wir's jetzt gleich hier mal richtig. Schade, dass er da nicht durchfährt. Aber gut. Gut. Und du fährst weiter dann... Ich fährst eben was auf die 3. Ähm... Wird schon passen. Ich kann das Back finden. Okay. Wo ist denn das all denn irgendwas? Ach, das ist da oben. Kommt er auf der 1 rein. Ich will dann vermutlich auf die 1 da oben und dann auf die 2. Bitteschön. Werde erledigt. Wo geht's bei dir dann weiter? Du bist auf Gleis 2. Noch kein Problem. Da kommt der nächste um 35. Der möchte... Durchfahrt auf der 2. Aber der fährt überhaupt durch bis nach Angelo. Alles klar. Mach mal so. Du wolltest... Oh. Hallo. Schön, dass sie Hallo sagen. Kommen sie rein. Angelo Gleis 1. Wer mal eingestellt. Du willst weiterfahren nach... Entschuldigung der 3. Was da aber der Kollege gerade ist. Bin ich auf die 3? Ah. Okay. Ich hab das nicht so entschieden. Dann fährst du halt so rein. Du Kollege. Du bist auch auf 3. Gut. Jetzt konnte ich sie mit. Ah. Doch. Ich konnte es einstellen. Sehr nice. Okay. 35. Das war der Durchfahrtzug. Den haben wir ja auch eingestellt. 36 von Delden. Irgendwas. Das ist da unten. Auf 1. Der kommt von der 1 hier rein. Das machen wir also so. Weiterfahrt. Und dann will er auf Gleis 4. Schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Wir könnten hier auch... Oh. Die sind jetzt hier drin. Äh. Schließen. Achso. Das ist deaktiviert. Deswegen. Okay. Wenn man aktivieren kann, ist es nicht, oder? Das ist die Zugannahme. Schade. Mensch. Das Interface haben sie auch komplett neu gemacht. Du hast hier schon länger nicht mehr drin. So. Bitte weiter. Rein. Rein. Dankeschön. So. 46. Auf Gleis 2. Dann um 50. Na ja. Da habe ich schon Stressigeres gesehen. Wie zum Beispiel. Der Stuttgarter Hauptbahnhof. Den es jetzt hier auch in der Workshop-Karte drin gibt. Ich habe versucht ein Video zu machen. Ich habe angefangen. Dann habe ich mir das aufgegeben. Weil das die Zeit unübersichtlich gewesen ist für mich. Da muss ich nochmal ran. Und dann gibt es natürlich ein Video dazu. Das ist eine riesige Karte. Zum Stellwerken nicht so geil. Aber sieht optisch gut aus. Aber kriege ich auch noch irgendwann hin. So. Der ist jetzt im Nacken. Fährst du da zuerst. Der fährt zuerst hier rein. So. Gleis 4. Nachdem er da in der SPL drin ist. Braucht er eher länger. Ja, ich weiß. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der 43 muss ja da sein. Der will bei dem 43. Ah ja. Das geht sich ja gut aus. Da ist ja Puffer mit dabei. Nein. Ich vermisse jetzt gerade so ein bisschen die Nachrichten. Mit dem Stellwerk sind wir nach dem Motto, was da los ist. Weil er schon wieder auf rot steht. Ach ja. Wann fährst du da weg? Du fährst um 46 weg. Wann fährst du weg? Du fährst um 47 weg. Nach Angelo Öst. Bis da oben. Alles Klärchen. du fährst um 46 weg. Der fährt um 120. 8,44. Auch 43. Ja. Weißt du was? Ja. Ich weiß. Das ist jetzt ziemlich ungeil. Aber der Kollege ist schneller. Gott sei Dank. Was ist denn das hier für ein Glitch? Ist das neu in der letzten Version? Wie schnell ist der Kollege unterwegs? Er fährt theoretisch 200. Aber hier noch 120 auf der Strecke fahren. Du fährst um 50 ab. Und du fährst um 52 ab. Schicke ich den gleich hinterher? Nee. Er ist immer noch. Jetzt fährt er bei der 80. Ja komm, du fährst da hinterher. Jetzt hat er da noch vier Blöcke. Irgendwie schlafen aber bitte nicht ein beim Fahren. Okay. Dann auf die vier. Wo willst du hin? Du bist dann auf die drei. Okay. Okay. Spannend, spannend. 46, der nächste Zug. Dann wäre es mal hier drin. Passt. Ja, der fährt runter auf die drei. Einmal so rein. Fertig. Zwei Minuten. Du fährst auf dem Parkkneis. Und dann später auf die vier. Ist eingestellt. Zug ist für uns fertig. Ah, der. Der fährt zuerst. Was willst denn du machen? Der wird auf Gleis 1. Gut. Gehen wir hin. Bauen sie mal rein in die SPL. Ah, der fährt nach da unten. I see. Auf welches Gleis? Auf die zwei. Und er kommt jetzt nicht weiter. So, warte was. Ich lasse dich mal nach da oben fahren. Ja, Gleis 2. Wir fahren weiter. So. Du fährst dann da weiter. Ich habe mich eingestellt. Na ja, auch Deiner 50. Also er hat den Fahrplan da eh mit Puffer entsprechend gemacht. Oder mal andererseits. 20 Sekunden. Na ja, den lasse ich da noch raus. So. Du fährst geradeaus. In die SPL. Und dann auf Gleis. Lass mich mal kurz gucken. 3. Das da durch. Dann wieder auf die 3. Perfekt. Erledigt. Um 50. Kommt da der 3er. Will dann auf Gleis 4. Da mache ich nicht mehr den gleichen Spieler. Mehr drin. So. Gleis 1 bei dir. Ah, der Kollege fährt auch nach oben. Gut. Machen wir so. Dann fährst du da zuerst raus. Und ich habe den Zug übersehen. Ach, wie immer. 3er 50. Kommt dann vom Gleis 2 einer. Wurde dann auf Gleis 2. Ich stelle das schon mal ein. Direkt. Du kannst dann hier mal reinfahren. Rein in die SPL. So. Wo soll es eigentlich sein? Chilic, chilic, chilic. So. Warte. Bitteschön. Und wir fahren ganz nach links. Alle klar. 4er 50 abgebaut. Kriegst du die Auswahl auch mal von mir. Das ist echt nicht schön. Ich hoffe, das ist bereits bekannt. Ich meine, der Entwickler hinter Railroad ist da eh recht schnell mit Badfixing. Naja, stimmt ja. Manuelle Signale hier oben. Hm. Aber jetzt rein vom... Von dem, was man hier machen muss. Das ist so beschaubar. Oh, der fährt dann auf Gleis 2 hier rein. Bei jedem muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man die aufs richtige Gleis in die Zahl reinschickt. Und ansonsten hast du halt hier die SPL. Und hier oben halt genau das gleiche Spiel. Ja. Schick mal einmal weiter. Ah, ich glaube, man macht das Video jetzt mal ein bisschen anders. Ich werde das mal ein bisschen aufteilen. Ich meine, da sind jetzt noch 43 Züge, die jetzt ziemlich sicher nach dem gleichen Schema ablaufen werden. Mit halt einer D-Pro-Phase, wie es aussieht. Da, glaube ich, kommt dann noch irgendwas rein oder wieder raus. Aber ist eine nette kleine Karte. Stressig. Ist jetzt nicht. Muss ein bisschen lauter auf achten eben. Aber ansonsten eigentlich ganz gut gelungen. Okay. Schauen wir uns mal die andere Karte an, die ich da noch für euch habe. So, da wären wir bei der zweiten Karte. Und das ist Paris-Montaparnasse. Ich habe das so oder passend auf die Frasch ausgesprochen. Mit der Schlechtensowas drin ist ein Kopfbahnhof so mit ein, zwei Gleisen. Und die Strecke ist hier teilautomatisiert. Also wir haben hier ein paar Saison drin, die uns helfen. Zum Beispiel der da oben. Wenn die Züge von da oben kommen, werden die automatisch hier oben zugewiesen. Hier unten aber nicht. Zum Beispiel der. Der wird auf Gleis 6. Das ist einmal hier da rein. Der schickt dann automatisch da weiter. Gleis 6 ist da. Sprich, wir fahren einmal da so und einmal so da rein. Wenn ihr jetzt einem der Bahnhof so nichts sagt, da ist das nicht so weiter schlimm. Ist jetzt auch nicht so der allerschönste Bahnhof. Aber er ist bekannt worden durch einen ganz bestimmten Unfall. Und zwar die eine Dampflok, die da nicht bremsen konnte und dann durch das Bahnhofsgebäude hier durchgebrochen ist und runtergefallen ist. Dieses Bild ist ziemlich bekannt. Das habt ihr garantiert schon mal gesehen. Das ist in diesem Bahnhof da passiert. Ja, gut. Wir werden also mal ein bisschen vorspulen. Der nächste kommt um 3. Auf dem Gleis 1. Wir werden dann auf Gleis 1. Weiter auf Gleis 12. 12 ist da. Du hast 12. Kommen wir hier so. Okay. Und vorspulen. So, da kommt er schon rein. Seht ihr, der unten wird auch schon weitergestellt. Nächste von da oben. Aber wie gesagt, die da oben können wir alle ignorieren. Mit der Einfahrten. Die sollen erstmal alle in den Bahnhof reindüsen. Da kommt der nächste. Für Gleis 7. Hä? Was? Nein, das wollte ich nicht. Gleis 7. 7 ist da eins drüber. Das heißt, wir fahren noch bis dahin und dann oben rein. Automatisch wenden ist da oben auch an. Sehr gut. Nächsten kommen dann alle da von Triage hier raus. Gleis 1. Will dann auf 5. Das können wir hier schon mal einstellen. Das 5 ist hier unten. Ich glaube, wir können alle erstmal so fahren. Und der nächste. Der nächste von 2. Wir laufen auf Gleis 1. Gleis 1 ganz da unten. Wir fahren auch so wieder weiter. Und dann hier runter. Passt. Wurschbullen. Perfekt. Da haben wir auch noch genügend Zeit. Gleis 2 um 18. 12, 12. Und dann Gleis 15. Mal gucken. Gleis 15 hier oben. Ich mache so ein bisschen mehr Sinn. Und in 4 Minuten fährt der Kollege ab. Der möchte dann auf Gleis 4. Da so runter. Gleis 4, Gleis 4. Da so runter. Und dann machen wir jetzt permanent Wiederholung. Nach da. Hier ebenfalls. Und dann drüber auf die 4. 4 Minuten. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Naja. Weißt du was? Wir nehmen das hier mal zurück. Dann kann der hier theoretisch rausfahren. Ja. Weiter geht's. Zug ist da. Das ist der nächste. Für Gleis 8. Gleis 8. Das ist der oben. Okay. Da werden wir auch so weiterfahren. Und Gleis 8 bleiben. Ja. Der fährt zuerst raus. Und dann machen wir hier die 15. Arbeiten. Erledigt. Da haben wir natürlich ein bisschen weniger zu tun mit den ganzen Automatisierungen. Wir müssen mal schauen. Der fährt in der Minute ab. Wir wollen auch Vers Messier 1. Das ist da unten. Weißt du was? Wege für die 8. Du fährst du hier oben drüber. Dann kann er hier ausfahren. Nach da. Dann fangen wir hier runter. Da weiter. Da haben wir auch wieder einen Sensor. Der schickt den dann da rein. Und hier machen wir permanent Wiederholung. So. Und dann müssen wir auch hier nichts mehr machen. Automatisierung vor dem Win. Dann machen wir schon die nächsten. Der will aber auf die 3. Das ist so ein RK-Problem. Da fahren wir hier einfach so. Permanent Wiederholung. Nach da rein. Permanent Wiederholung. So. Und dann gehe ich mal davon aus. Enden auch in 3. Ja. Das machen wir auch permanent. Für den Moment. So. 27. Der möchte dann auf Gleis 10. Von 2 aus hier. Gleis 10. Das ist da. mit der kollege hier sofort der will auch auf die 1 kann ich eigentlich gerade schon mal hinterher schicken er ist drin da ist 2 auf gleich 6 bitteschön dann sollte er erst mal ankommen perfekt 4 minuten einer wie die für die vierer richtung hier ich glaube das müsste in echt noch echt spannend sein hier fdl zu sein vor allem wenn du dann hier ausblick auf das gleisvorfeld hier hast bei den ganzen zügen hier stellt euch mal vor wie das früher gewesen sein muss kann ich das stellwerk hier das war doch nicht nur ein stellwerk aber trotzdem da hast du doch ein bisschen was zu tun hier da haben wir es jetzt gerade nicht klein so was willst du machen gleis 13 gleis 13 das ist da dann fangen wir auch gerade aus einmal so rein das war das untere einmal da rein haben wir hier auch mal einen permanenten auf die 4 und du gleich 6 6 6 ist frei die ganze claimer 2 claimer 2 klammer 1 um 44 ja dann mal spulen oh da werde ich auch auf die 3 zurücknehmen ich muss ich auch zurücknehmen du musst so fahren geht nicht anders dann muss ich den für die 13 nochmal einstellen äh tut dann einmal gerade aus ja leider kann ich gerade nicht gut was achso ja der da unten äh knappe Geschichte hätte ich den irgendwie anders schicken können ja ne also für die 4 hätte ich schon über den Turl schicken können aber mit der 3 geht das leider nicht ja bin ich ja es wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen wenn ich den jetzt so oben entlang geschickt hätte dann wäre es sich hier aus dem Weg gegangen naja gut Fehler passieren gut weitermachen hier fährst du schön gerade aus das Kollege knapp 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 aber 100% will ich jetzt hier eh auch nicht erreichen so der Kollege fährt auch wieder auf die 1 hier einmal da runter und erledigt weil eigentlich ne ich kann hier einen permanenten machen und dann passt das das gleiche eigentlich auch hier ach das ist hier immer gleich inklusive dem hier die können gar nicht anders fahren so der wäre auf 23 der nächste von 2 ok nach oben kriege ich dich da nicht 23 fahren sie mal rauf da ja fast forward der nächste auf die 21 jetzt kommen die ganzen hohen daher fahren sie den mal entlang 21 einmal und das ist wieder 24 hier unten fertig erledigt da sind wir noch ein guter vordienstleiter so muss es laufen was oh Entschuldigung Gleis 16 16 da steht der Kollege hier drin 15 16 so 1 auf 50 du bist Gleis 14 du fährst dann auch weiter ähm ich stell's mal ein ja auch wieder für die 1 hier kommen sie raus ich hab doch achso er kann nicht weil ja noch gelegt hier ja passt der sensor ist ein bisschen blöd platziert ja geil das klappt mit den Einfahrten wo willst du hin Gleis 5 was nein Spiel Gleis 5 oder 5 war das ja aber Gleis 5 bitte Gleis 5 ist er hier aber so und nein ich hätte ich so danke das ist ein bisschen mutig wenn du permanent bist 54 für Gleis 2 dann auf Gleis 2 immer rein damit andererseits kannst du eigentlich auch da oben fahren so zwecks Traffic aufteilen und so fahr mal so bitte dann haben wir hier wieder einen Dreierkandidaten schön schön oh da könnte es voll fies sein dann könntest du deine Tunnel reinschicken da oben rauf und dann wieder runter einmal einmal eine Ehrenrunde aber nichtsdestotrotz wieder hier kurz warten äh 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 vor spulen ah shit da ist 10 ja ok da ist 10 frei ne ist noch nicht frei dann wartest du da hinten du wirst ja da runter oh warte mal wollte ich das noch ändern was er hier oben fährt ja das es ist eigentlich dumm was ich hier mache naja ja jetzt fährt er schon ok das war dumm äh da nix die Foubrau oh das geht sich gut aus mit dem da Kollege ich stell dich mal ein auf die 1 verspäte dir aus fort weil doof gleich 1 du fährst noch da oben ja ich hätte den Sensor irgendwo hier platziert Kollege für Gleis 2 kannst du mal hier hinfahren musst aber leider auch noch warten Gleis 10 ist jetzt frei ok so und dann kannst du hier runterfahren und als nächstes hat er seine Ausfahrt und Kandidat für die 4 einmal da runter und weiterfahren ok einmal die 13 das klappt 13 13 13 13 ist belegt fahren sie mal bis hier hin bis 13 frei wird da ist noch tricky hier Gleis 1 du fährst geradeaus weiter und ich stelle dich ein für die 1 Ausfahrt abwarten und Kandidat für die 3 schade 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 haben wir die Tunnelverbindung nicht irgendwie so hier so rein und dann auf die 3 und dann auf die 3 warte mal ist noch irgendwas auf 3 Enden kann ich da ah woanders als der fährt dann los ich glaube du musst hier gar nicht kreuz nee wir machen das anders du Kollege fährst mal da richtig ach so wär das dann ich stelle ich mal so ein ja ich weiß geht nicht runter auf die 13 ok das das passt aber dann sind sich die nicht im Weg 12 13 nice aber das heißt ich muss hier das Autosignal weg machen und das hier auch schlau 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 was sie da gemacht haben nice nice ok und 14 15 und 18 die nächsten alle von da oben jetzt belegt er aber hier das da bist du was nee wir schicken den runter aber es wäre theoretisch möglich aber sogar da halt das durchfahren also im Falle dass wir dann hier da mehrere Einfahrten haben Tunnel nutzen sehr der vier von zwei möchte dann auf die 22 ja ich kann man theoretisch aber nicht machen 22 das ist ganz da oben schicken wir dann über das Leister ganz oben weil der jetzt gerade ausfährt und dann passt es das hat es nie für Standzeiten 27 Minuten 14 10 Minuten 14 Minuten 21 Minuten 18 Minuten 25 Minuten Ja Ja So kommst du dann auf deine Spielzeit hier drin Ja von der Schwierigkeit her würde ich jetzt mal sagen oder von unten kommt ja auch mal was Platz 4 Okay Ähm das passt so fest regulär da so entlang Ja also von der Geschwindigkeit äh nicht Geschwindigkeit sondern Schwierigkeit was auch von 1 bis 5 wo 5 das schwierigste ist würde ich mal sagen ist das so eine 2,5 bis 3 aber eher 2,5 ich meine du hast hier die Hilfe mit der Automatisierung da könntest du dir da die Sensoren auch nur selber konfigurieren das da oben kann man ja komplett eigentlich ignorieren weil das von alleine läuft also du kannst die Züge auch dann wieder hinschicken ja du das dann wieder verteilen hier straight forward machst du hier die Autosignale rein zumindest für gewisse Strecken halt hier da unten das da ist dann vollautomatisiert zumindest der Bereich da ein bisschen auch da hinten also du hast eigentlich hier noch ein bisschen jonglieren wie es mit den Ausfahrten ist aber trotzdem schön gemacht gefällt mir und ich glaube die westlichen 40 Züge die werde ich jetzt aber nicht in dem Video machen das ist bleibt jetzt jemand wer kurz ausprobiert aber wenn ihr wollt es gibt es das ganze im Workshop holt euch das runter und dann könnt ihr da knapp 3 Stunden lang hier in dem Stellwerk umwerkeln mit relativ echtem Verkehr hier drin ich hoffe die zwei Workshop Szenarien hat euch gefallen vielleicht spielst du es ja auch selber und dann mal schauen was als nächstes auf uns wartet hier in Wailwood ciao ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr bis denn dann euer Brabura bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020